Soll ich noch ein Bude zeigen? Ja, ja. Okay, erstmal auf die Toilette, Bruder. Ich mag jetzt Hausgebühr, das ist nicht. Hier so, Bruder. Irgendwie stark. Küche, ey, Bruder, Müll. Bruder, es ist nicht so viel, man denkt es, aber es ist nicht so viel, ne? Weil ich hab kein Ding, es ist keine Waschmaschine. Okay, stark. Hier. Und dein Portrugaflacke. Irgendwie 300 Bits. Okay, bist du Portugiese? Na, natürlich, Bruder, natürlich. Wir haben euch gebannert, 3-0. Okay. Ja, das war's, Bruder, das war's. Das war's? Aber schon stabil für drei Monate stabil? Naja, also ich wurde jetzt ungefähr, ich hab aus mir abgebrochen. Warum? Weil ich mach jetzt andere Sachen, mein Vater hat das Restaurant und so. Und ich bin jetzt überlegen, so Filialalter zu machen. Okay, stark. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Ich war im Hafen, wo ich wohne in Hamburg. Ja? Und ich war im Hafen und, äh, ja. Was hast du da gemacht, Bro? Äh, also Fachkraft, Fachkraft, also so Benzin und so von, so von Indien und so. Naja, wenn wir mit Benzin kamen oder ganz oft, ähm, dann kam es zu uns mit einem riesen Schiff. Und dann haben wir es, sagen, äh, so in so einem riesen, ähm, Tank, äh, gefüllt und so. Ah, okay, check, 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 ich check. Wir haben es an Schell und so verkauft. An was? An Schell, diese Tankstelle. Ah, okay, 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 aber wohin läufst du? Ja, Bruder, ich bin ein bisschen nervös, ja? Weil ich weiß, was ich euch zeigen soll. Okay, stark, aber stabiles Zimmer. Ja, Dankeschön, Bruder, Dankeschön. Okay, ey, ähm, der Portugiese, wer heißt du überhaupt? Dennis. Dennis, ich wünsche dir einen schönen Tag, ja? Ja, Dankeschön, mein Bruder, Dankeschön. Okay, ciao. Vielen Dank. Esma, warum hast du ein Profilbild von Hanipu? Hallo. Hallo. Ich zeige dir jetzt mein Zimmer und du musst erraten, wie viel das kostet, okay? Okay, ich sehe nichts, ich sehe nichts, warte mal jetzt. Warte, ich mache einfach, siehst du mich, sonst mache ich jetzt Bildschirmübertragung an. Ja, sehe ich. Ich sehe mich aber nicht. Komm einfach rein, ah, jetzt, ich sehe mich selber. Okay. Okay, warte, so. Kannst du die Kamera drehen? Warte, sonst, komm mal an mein Stream, äh, jetzt, 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 okay. Okay, ich zeige dir jetzt, okay? Okay. Warte, mach kurz übertragend aus, so. Okay, ich fange an. So, hier kommt man so rein, oder? Tschüss! Guck hier. Ey, das habe ich nicht erwartet. Guck hier, hier ist mein, so, mein Wohnzimmer, also meine Eltern, ist das so wichtig, so, wenn ich mal so jung, ich bin ja jetzt 15, so, wenn ich so 17, 18, so werde das, also ich werde das Haus irgendwann mal erben, inschallah. Und, ja, ich mache auch halb so Boxen, hier, ich habe auch einen Pokal und drei Medaillen. Jetzt habe ich noch so. Bruder, warte mal, warte mal, warte mal, wer, wer, wer sind deine Eltern, Bruder? Gehört denen, Didel oder so? Nein, Alter, ja. Ich war schon mal bei deiner Talentshow, da habe ich Entengeräusche gemacht, weil ich kannst du dich noch erinnern. Da habe ich, äh, hier zwei Schraubsauger noch. Und so ein Art, ADC-Kühlschrank, warte, mach mal, nicht anders, siehst du das. ADC? Du meinst ACDC? Ja, ACDC, da habe ich schon mein Bart. Junge, wo, wo? Aber Klobrille ist irgendwie kaputt gegangen, ja, frag mich nicht. Da habe ich auch so ein Adresse, aber ich habe jetzt keine Lust, das so aufzumachen. Hier, das ist mein Schrank. Okay. Digga, was machen denn deine Eltern, dass du so eine Bruder hast? Mein Vater ist selbstständig, mein Bruder macht Dropshopping, meine Mutter gehört einer Fußballhalle in München-Lappbach. Soll ich mal in mein Gaming-Setup jetzt reingehen? Und was machst du? Ich habe Dings, ich mache einfach Boxen und ich streame jetzt selber auch. Warte mal, warte mal. Es geht noch weiter? Ja, das hier ist mein Gaming-Setup. KISH! Guck, hier habe ich meinen klassischen 5. Hier auch Brille von Deskio, ganz, ganz wichtig. Ja, die ist wichtig, ne? Sag ehrlich, war gut. Mauspad von Deskio auch natürlich wichtig. Sehr stark. Zeig mal dein Muster, was hast du drauf gemacht? Muster? Ich habe Naruto gemacht. Okay, sehr stark. Sieht stark aus. Ich habe zwei Mauspads von Deskio. Und so hier noch. Also, wenn man hier so reinkommt, so erstmal hier so ein Bild. Nano Leafs, das habe ich bei Abogoku gesehen, deswegen habe ich mir das gekauft. Da habe ich noch hier so sowas, so ein Screen habe ich bei Edis gesehen, deswegen habe ich mir das auch geholt. Weil das so fresh im Hintergrund aussah. Und wie alt warst du nochmal? Ich bin 15. 15, okay. Und ich soll schätzen... Ich habe noch eine... Boah, ja, okay. Erzähl erst mal, dann will ich was fragen. Okay, ähm... Also, du hast ja gefragt, wie viel das... Weißt du, wie viel alles insgesamt kostet? Oh, ganz... Mit meinem ganzen Zimmer, alles zusammen? Ja. Oh, ich glaube... 50 oder 60. Boah. Ey, Bruder, ey, so wie du gerade lebst, weißt du, das ist mein Traum, ne? Ja, du kannst das doch auch schaffen, Inschallah. Ah, hier, wenn ich so hier reinkomme, muss ich Auszug nehmen. Crazy. Aber bei mir ist es reversed, Bruder. Ich muss das für meine Familie holen. Ist crazy. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 15, aber ich habe jetzt auch neu angefangen. Warte mal, du hast einen Aufzug... Warte, ich habe es gar nicht realisiert. Du hast einen Aufzug? Ja. Mäh. Ey, geh mal mit einem Aufzug hoch. Bruder, ich bin höchste Etage. Ich kann nur runtergehen. Geh mal runter. Ja, okay, soll ich aber... Dann nehme ich Treppen, weil ich da nicht stütze mein Internet ein bisschen ab. Also, dann muss ich mich so... Okay, okay, okay. Aber scheiße... Warte, Digga, das ist ja insane. Bruder, wenn ich... Guck mal, meine Eltern in ihrem Badezimmer, das ist das größer als hier. Aber warte mal, wie... Wo lebst du, Bro? Ich wohne in Wegberg. Wegberg. Guck, warte, ich zeig dir mal das. Wo ist das denn? Das ist in München-Gladbach. Nee, das ist einfach nie so. Bruder, der wohnt ja wirklich... Alter. Internet? Hallo? Warte, das ist mal von meinen Eltern. Äh, warte, ich sehe nicht, deswegen... Das ist... 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 Ey, mein Bruder, du kannst dich sehr, sehr glücklich schätzen, ne? Ja, ich bin auch sehr dankbar, mein Eltern, für alles. Das ist wirklich... Du kannst dich sehr, sehr glücklich schätzen, mein Bruder. Wirklich. Krass. Krass. Aber wenn ich denkst, ich hab mein Vater so gesagt, wenn ich so das schaffe, irgendwann mal Streamer zu wählen, dann werde ich mein Vater ein richtig großes Auto kaufen. Okay. Sag, Alter. Danke, ja. Was wolltest du mich fragen? Ah, guck mal, ich hab so auch so eine Sony-Kamera, ne? Ja. Guck mal, ich wollte dich erst mal fragen, ist die besser? Oder warte. Okay, guck mal. Alter, das ist wirklich krass, ne, Chat? So was hab ich wirklich... So was hab ich noch nie gesehen, ne? Der ist aber süß, Chat. Der ist auch sehr dankbar dafür, merkt man. Guck mal, er... Ist die hier besser? Äh, zeig mal. Ist es die Sony 7? Zeig mal. Zeig mal nah ran. Ne, von oben, von oben. Ah, so. Warte, geh mal näher ran, halt mal kurz, bleib mal kurz still. Das ist die Sony Alpha, ja, ich glaub, die ist besser, aber. Aber guck mal, weiß ich, was mein Problem ist bei der Sony-Kamera. Ich kann das, ich kann, wenn ich jetzt 24 Stunden streamen oder so machen will, das geht nicht, dann geht meine Kamera nach wegen Akku aus. Ist das normal? Äh, du brauchst einen anderen Adapter, dann. Ich bin seit 7 Adapter. Sony Tone for a music. Ein besseren. Ohne schmier. Musst du dir holen, ja, das ist wichtig. Was hast du für Autos? Kannst du in die Garage? Für Autos? Äh, ich kann dir von oben zeigen. Ja, zeig mal von oben. Bruder, ich kann eigentlich, ja, ich zeig dir einfach von oben, sonst steht man intern. Aber liegt nicht, wo du wohnst oder so. Bruder, das ist egal. Passiert nix. Bruder, das ist so ein Dorf, man findet das nicht. Okay. Du bist einer meiner Vorbilder, ja. Bruder, soll ich mir dein Zimmer angucken, Bruder? Du bist mein Vorbild, was redest du? Nein, du bist mein Vorbild. Vielleicht hast du meinen TikTok gesehen. Ich habe mich wegen krebstranken Leute eine Glatze geschnitten. Weil mein Unklapp krebsteschen habe ich das gemacht. Ah, okay, stark. Okay, zeig mal von oben. Ah, Internet, man sieht nichts. Wir haben einen Porsche Tiger S. Warte, ich gucke. Hier einen Porsche haben wir. Meine Mutter hat einen GTR. Guck hier. Okay. Meine Mutter ist gerade weg. Meine Mutter hat einen GTR und mein Vater hat einen Porsche und einen GLE. Boah. Wir haben noch andere, also wir haben noch in Türkei so ein Auto. Ein, äh, Manzuri. Ah, du bist Türke? Ich bin Türko und Libanese bin ich. Okay, geisteskrank, Bruder. Ey, das ist wirklich, Bruder, ich habe sowas heftig. Zeig mal nochmal draußen, draußen die Kamera. Soll ich kurz wieder rausgehen? Nein, nein, pass, pass. Willst du fahrt? Nee, da kackt Internet ab, man sieht das nicht richtig. Dann, warte, guck. Jetzt habe ich das richtige Verbind. Warte. Hast du, du hast Wehre? Hä? Welche Schäferhunde? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ah, da, guck, siehst du? Ja. Ja, und die beißen auch, wenn jemand hier hinkommt. Aber ich bin dir ehrlich, wenn ich könnte, ich würde umziehen, ja? Die Nachbarn sind hier so scheiße. Das sind richtig Dings. Die versuchen unsere Hunde und so zu vergiften. Deswegen mag ich das hier nicht. Boah, was? Echt jetzt? Ja, weil die sind so neidisch und so. Alter. Alter. Ja, guck, warte. Hier habe ich so, hier habe ich so Nanolibs noch. Die Bunker ist hier beispielsweise so. Wenn ich mal so welche brauche oder so. Und sonst, ja, was soll ich sagen, ja? Hier habe ich euch schon gezeigt. Zieh deinen Fernseher durch. Ja, mache ich auch dazu noch. Und diese Dinger sind so verkeibelt. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Das hat mein Onkel alles gemacht. Hier ist das, meine Schuhsammlung. Bruder, das ist ein Schrank. Geh mal nach hinten, zeig mal deinen Schrank so von draußen. Alter, Digga. Holy shit. Meine Dings, meine besten Schuhe, finde ich, sind einmal die hier und die, äh, Travis Scott. Dann habe ich noch hier Discord-Hosen, Montclair-Jacken. Hier habe ich auch noch Sachen. Ah, die Mütze habe ich hier geschenkt bekommen von meinem Vater, seinen Arbeitskollegen. Krass. Und hier habe ich so mein MacBook, mein iPad und so noch. Bist du gut in der Schule? Ja, also, ich kann einfach kein Englisch, sonst wäre ich gut. Englisch ist ja einfach zu lernen. Guck auch so, wenn du sowieso dann, ähm, guck, wenn du Serien guckst oder so, guckst ja auf Englisch. Mit deutschem Untertitel. Ich guck, ich guck immer auf Deutsch. Ich habe noch nie auf Englisch geguckt. Da verstehe ich nur Make, What und My Friend. Mehr verstehe ich nicht. Aber du bist mein Vorbild, ja. Du hast mich motiviert, zum Streamen anzufangen, was ich so gesehen habe. Du früher. Aber guck mal, ich sag dir was. Ich sag dir was. Streaming ist, ist, die Wahrscheinlichkeit. Ich würde niemals streamen als Hauptbrio sagen. Ich würde niemals zur Schule gehen und sagen, ich will nebenbei, äh, ich würde es nebenbei. Drei machen, so in deiner Freizeit, ja. Aber ich würde immer. Ja, ich mach das ja auch nebenbei. Ich verzichte nicht auf Schule oder auf meinen Boxen. Ja, das ist das Wichtigste. Ich kann zum Beispiel nur zweimal in der Woche und am komplett Wochenende streamen. Ja, okay, das passt ja. Aber ich würde es immer nur. Weil ich habe dreimal in der Woche Boxen und ich gehe fünfmal. Meine Schule, deshalb die Scheiße. Ich wollte eigentlich auf eine öffentliche Schule. Meine Eltern haben mich zu einer Privatschule angemeldet. Okay. Bitte, ja. Sie müssen als Privatschule gehen. Du hast von 9 Uhr bis 16 Uhr Schule. Ja, Bruder. Privatschule ist, glaube ich, aber besser, oder? Nein. Ich weiß nicht, wie das ist. Da sind so Leute... Aber öffentlich ist doch auch so. Nein, da sind so Leute in meiner Klasse, ne? Die nehmen so Drogen und so richtig schlimm. Die kiffen und so. Ja, das ist nicht gut. So 13, 14-Jährige, die kiffen einfach da. Die rauchen sich. Und so denke ich mir, da habe ich schon zu meinem Vater gesagt, die Leute machen mich so krank und so. Aber Bruder, das ist in der öffentlichen Schule genauso. Ja. Und ich sage dir, vertrau mir, 9 Uhr morgens, dass du 9 Uhr morgens zur Schule musst, ist 10.000 Mal besser, vertrau mir, als 7 Uhr morgens aufstehen, Bruder, richtig abgefuckt mit drei Stunden Schlaf und dann zur Schule zu gehen. Vertrau mir, 9 Uhr, das ist ein Riesenprivileg. Ich weiß, dass du es schätzt, na? Das ist wirklich krass. Das schört mich ja nicht, aber das schört mich nur diese 16 Uhr Schule. Diese 16 Uhr. Das schört mich nicht. Und wenn du 9 Uhr startest, nimm alles, guck mal, nimm alles an Bildung mit, was du kriegen kannst. Sag dir. Ja, also ich lerne auch so von meinem Bruder, diese Dropshopping und so. Ich habe das einmal versucht, aber das war so richtig schwer. Ja, da habe ich aufgehört. Dropshipping meinst du? Ja. Okay, crazy. Und ich habe einmal auch bei Kingcans, ich habe mir das so angeguckt, ich habe mir auch mal so eine Box bestellt, da habe ich so zu meinen Cousinen gesagt, warum machen wir nicht auch mit Süßigkeiten, haben wir versucht, aber dann alles, das war so schwierig, das war so Kopfschmerzen. Und am Ende, der hat mich alles machen lassen, ich musste alles machen. Aber so, sowas geht nicht so einfach, das ist Übung. Aber ich würde empfehlen. Ich war bei deiner Talentshow, ich habe es so gemacht. Ah. Aber ich habe abgenommen. Ich war noch dicker, war ich. Okay, stark. Ey. Ah, jetzt weiß ich. Das bist du. Ja, mit. Ja, okay, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Krass. Mit dieser Krisch und so, der so gerappt hat und der dann gewonnen hat. Ja, genau, 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 ich weiß noch, ich weiß noch. Okay, krass. Aber ich supporte dich schon lange, ja. Warte mal, du hast dann, hast du dann, wie bist du da hingekommen? Ich, ich wurde von mal, also, guck mal, das war echt Glückssache. Mein Vater, mein Onkel, gar keiner kommt mich fahren, ne? Guck mal, soll ich einfach die ganze Geschichte erzählen, Rohat? Ich will erst mal wissen, wie du da hingekommen bist. Also, was hat dein Vater gesagt, als du, ihr müsst euch überlegen, guck mal, stellt euch vor, ein Multimillionär Junge. Also, sein, überleg mal, geht zu seinem Vater und sagt, ich will bei einer Talentshow mitmachen, von einem YouTuber, wo man 100 Euro, oder wie viel konnte man gewinnen? 500 Euro? 500. Wo man 500 Euro gewinnen kann. Oder wäre ich der Vater gewesen? Ich hätte gesagt, nimm diese 500 Euro und setz dich mal wieder hin. Wie hast du die überredet? Mein Vater wollte am Anfang so nicht. Ich hab gesagt, komm, Baba und so, ich will doch auch anfangen und so. Also, diese Leute da, ich verfolge die auch schon lange, das sind so meine Vorbilder, so. Und kann ich bitte da hingehen? Da meinte der, ja, okay, aber ich fahr dich nicht, hat er gesagt. Da hab ich mir gedacht. Sagst du für? Na, ja, so kann man sagen, so ein Fahrer. Das ist crazy. Und dann hab ich zu meinen Kollegen geschrieben, ey, willst du nicht mitkommen? Ja. Weil ich bin nicht alleine, ich schäme mich. Ja? Da hat er geschrieben, ja, okay, das war dieser eine, der nur so gemacht hat, mit einem gebrochenen Arm. Und dann, ich hab mitgekommen, sind wir dahin gefahren, ich war so richtig verblüfft, du läufst da so. Ich denk mir, ey, mein Herz fängt so an zu klopfen. Erstmal, ich wusste nicht, wie das ist. Auf SESU-Kart oder es steht da so ein 2-Meter-Riese. Und dann hab ich mir gedacht, ah, das ist der, glaub ich, das ist doch dieser Karte oder nicht. Der steht da so, der isst so Chips oder so. Und dann hab ich ihn so gesehen. Ich so, ah, das ist dieser Karte. Er hat irgendwas gegessen, Chicken Nuggets, irgendwas hat er gegessen. Chicken Nuggets? Ja, Chips oder so, irgendwas hat er gegessen. Dann wusste ich schon von Anfang an, das ist Karte. Okay, das ist crazy. Und dann hab ich ihm so meine Unterschrift mitgegeben, also, guck mal, mein Vater hat das nicht unterschrieben, der wollte ja nicht mal. So, da, so, bisschen wollte der nur das ja hingehen. Da hab ich das meiner Mutter gegeben, die hat gesagt, zieh durch, geh da hin. Da hat die das für mich unterschrieben, da hab ich das abgegeben. Okay, sehr stark. Okay, crazy. Ja, zieh dein Boxending durch. Und wenn ich dir noch eine Sache sagen kann, mein Bruder, dann ist es auf jeden Fall, setz deine Haupt-Prio nicht aufs Streamen. Vertrau mir. Ja, ich hab beides, hab beides. Vertrau mir, setz deine Haupt-Prio, mach dein Ding, mach alles. Vielleicht hast du mein TikTok gesehen. Ich hab so, das ging richtig viral, da hab ich so gesagt, das für krebskranke Leute, da hab ich so Glatze gemacht. Na, ich bin nicht so viel auf TikTok unterwegs. Muss auch, vertrau mir, sei auch weniger auf TikTok unterwegs. Das ist wirklich so. Setz dir so ein Zeitlimit, irgendwie halbe Stunde am Tag TikTok maximal oder so. Ja, danke, Abi, ja, für alles. Okay, ey, wie heißt du? Äh, wo? Also hier? Also, in real life? In real life, ja. Muzza. Muzza, ey, zieh dein Ding durch. Sehr, sehr, sehr süßer und korrekter Junge. Ähm, und danke dir, dass du dein Zimmer gezeigt hast. Bin ich für ein Video? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Okay, danke. Willst du mich grüßen? Ja, ich grüße meinen Kollegen Rayla Dali, der auch grad hier war. Okay, schöne Grüße an den Kollegen Rayla. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag, ja? Aber warte mal! Bruder, Multimillionär und du hast ein Profil mit von Honeypoo? Bruder, ich hab das jetzt extra gemacht, dass du mich schneller movst. Ich hab eigentlich meinen Twitch-Name und mein Twitch-Profil hab ich eigentlich gemacht. Okay, es hat geklappt. Ich hab das extra gemacht. Es hat geklappt, smarter Junge. Okay, er mich auf-played. Okay, heide, ciao. Ciao. Alter, crazy, Digger. Alter, Bruder, was war das für ein Zimmer? Chat, das ist mein Riesentraum, ne? Sei ihm gegönnt, aber. Hab seinen TikTok gesehen. Schick mal einen Link davon, wenn ihr das findet. Digger. Aber ich gönn's ihm sehr. Der war auch ein sehr respektvoller Junge. Aber da waren wir gerade so bewusst. Überleg mal, Digger. Ein Junge, der gefühlt schon... So, wisst ihr, wie ich meine? Der so... So, so ein crazy Lebensstandard hat. Hat mich als sein Vorbild. Mich! Seht ihr diese Klimaanlage? Geklebt mit Panzertape. So, das ist dein TikTok? Warte kurz. Sehr, sehr süßer Junge, wirklich. Für meine krebskranken Leute, ich wünsche euch alles gute Besserung. Und ich sag fuck Krebs... Alles gute Besserung. Fuck Krebs, Alter. Fuck Krebs, Alter. Ist mir scheißegal, Alter. Meine Mutter hatte auch zweimal Krebs, Chat. Check 24 Trikot tot. Und das ist der Beweis, Bruder. Hast du sein Zimmer gesehen? Hast du alles gesehen? Denkst du, denen juckt es, dass er ein Check 24 Trikot anhat? Den siehst du trotzdem an. Keine Ahnung, Bruder. Was soll ich sagen, Bruder? Glatze ist noch Sunnah, deswegen nur... Bruder, das Einzige, was mich gerade juckt, Bruder. Ich schwöre auf Allah, sind diese Herrscher. Geh mal Allah, hier, Bruder. Ich halte meinen Mund, Bruder. Ich bin ein Mann. Wissen Sie, dieses Krebs, das ist eine E-Krankheit. Die ganzen Leute sind gerade geschockt. Es ist nur Haare. Ein Mann, ein Wort. Das ist nicht mich. Das sind für meine krebskranken Leute, die alle Krebs haben. Und wir werden zusammen den Krebs bekämpfen. Ich werde mit euch dabei sein. Egal, was für ich gehe mit euch. Wir bekämpfen zusammen den Krebs, nicht nur ihr. So viele Leute haben heutzutage Krebs. Ich sehe Shemo da, Shemo da. Hier Shemo haben wir nach oben. Hier. Und mein Kollege, die Mutter, die hat Krebs. Hier, das, sie muss Shemo machen. Ich mach mit. Yallah. Hier. Hier, Bruder. Ich hab keinen Krebs. Ich hab gesagt, Bruder, ich mach bei Allah. Mein Wort hat Gewicht, Bruder. Der Schreck. Okay. Sehr stark. Crazy. Okay, wir holen den nächsten rein. Icardi. Krass. Also, geisteskrankes Zimmer gerade gewesen. Ich bin nicht drauf klargekommen, was das gerade wachet. Hallo? Hallo. Hast du auch so ein Zimmer wie er gerade? Was geht ab? Geht. Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Bruder, kann ich Kamera umdrehen? Bruder, wie kann man streamen hier? Ich seh dich schon, ne? Ja, Bruder. Aber ich kann nicht Kamera umdrehen. Geht's? Ja, ja, ich seh. Also, ich bin ein Hund gegenüber dem... Warum hat jeder Hamid als sein? Ich bin also ein Hund gegenüber diesem Typen jetzt gerade eben. Aber, Bruder... Bruder, ich bin auch selber ein Hund im Gegensatz zu ihm. Bruder. Allah, Icardi. Stark. Bruder, also mein Zimmer ist klein. Ich sag jetzt nichts. Hier ist mein Monitor, aka Fernsehormäßiges. Ja. Hier sind meine Sachen, die ich brauch. Okay, stark. So ganz viel. Da ist mein Bruders Laptop und so. Er ist Produzent. Ja. Hier ist Klima. Und... Was soll ich noch zeigen? Hier ist... Ferrari, Reifen... Reifen, was ist Reifen? Ding. Wie heißt das? Lenkrad, mein Bruder. Lenkrad, Bro. Ich bin ein bisschen nervös. Einfach reif. Hier... Ein Kleiderschrank. Stark. Und nix eigentlich. Kleines... Kleines Zimmer... Für meinen Bruder und von mir. Sonst hab ich nix eigentlich. Stark aber. Sag mal, zeig mal so ein bisschen von der Tür aus. Links rechts so. Aber wer wohnt denn noch mit dir? Mein Bruder. Sein Bett ist da und meine Eltern sind im Wohnzimmer gerade. Also ich wohne mit meinen Eltern zusammen. Ich bin noch 15, also... Okay, stark. Keine... Nee. Okay, starkes Zimmer. Da würde ich mich auch wohlfühlen. Sag ich ehrlich. Nee. Amdula, das reicht für meinen Bruder und mir. Richtig. Okay, sei stark. Nee, gut. Okay, ey. Cool, Icardi. Danke. Nee, nee. Nee. Okay, stark, Bro. Schön, schön, schönen Tag, ja? Danke, Bro. Dir auch. Ciao. Ciao. Dinger. Kato? Das ist nicht Kato. Ich hab Kato doch als Freund. Und das wird nicht Lea sein. Albaner. Hallo, Albaner. Oh, Roto. Hey, Albaner. Was geht ab? Oh, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Kannst du deine Kamera machen? Ja, Bro. Eine Sekunde. Crazy Profilbild. So, sieht man. Warte. Ja, ich seh dich. Okay, okay. Ich mach mal von hier, wenn man reinkommt, ja? Okay. Auf ganz entspannt. Hier ist Schrank. Kannst du Licht anmachen? Ja, safe. Okay, stark. Ist so besser, wenn ich so halte? So, so, so. So ist perfekt. Guck mal. Dann ist hier Schrank. Ja. Oh, Klamotten ist ganz, ganz wichtig. Hier ist mal hier ein bisschen Zeug. Okay. Arbeitsklamotten. Ich geh nebenbei arbeiten. Okay. Dann hier nochmal Pullover, Jeans und so Sachen. Hier Bett. Ich schlaf hier neben meinem Bruder. Ich küss seine Eier. Okay, da hast du... Dann hab ich dich hier... Wie, du schläfst? Warte mal. Du schläfst neben deinem Bruder und küsst deine Eier? Bruder, du schläfst... Ich küss Ronaldo sein Eier. Ach so, ich wollte gerade sagen, Alter. Was ist das denn? Kein Bruder. Nein. Dann hab ich hier noch ein bisschen Zauberwürfel und so. Zauberwürfel? Ah, ja, ja. Run and back, run and back. Geh mal zurück da. Ja, ja. Taschentücher? Bruder, was sind Taschentücher? Auf einmal sind sie weg, hä? Bruder, wenn du krank bist, du hörst doch an meinen Stimmel. Dann brauchst du Taschentücher. Ey, diese Zahnstocher haben mit Geschmack, ne? Die haben... Bruder, wie viele Leute... Ey, dort sind die Flick, das haben wir... Das haben wir... Von dir her gestanden. Bruder, so viele Leute nehmen diese Zahnstocher mit Geschmack wegen mir. Ich muss eigentlich selber welche rausbringen, wirklich. Weil die sind so überteuert. Bruder, wie teuer ist diese Packung? Ja, ernst. Bruder, ich hab die... Das war, glaub ich, so 18, 20 Euro oder so. Bruder, ey, ich muss die eigentlich raus... Mit Versand 24. Ich muss die eigentlich rausbringen und viel billiger machen. Die sind viel zu überteuert. Weil das so eine Nische ist. Weil das so eine Nische ist und die machen die Preise einfach so hoch. Das ist insane. Ja, da hab ich hier so eine Schere, um T-Shirts zu trocken. Weil ich mach ein bisschen so mit T-Shirts und so. Da hab ich hier meinen Drucker. Ey. Ja, das ist von North. Das ist so OG. Was hast du überhaupt für ein Mauspad? Bruder. Wie klein ist dein Maus... Was hast du so ein kleines Mauspad? Anstatt 20 Euro und Zahnstocher zu stecken, hol dir ein Mauspad von Deskyo, mein Bruder. Ja, Bruder, ich hab jetzt angefangen mit Arbeiten. Ich hol mir nächstes Mal noch PC und so Sachen. Okay. Deswegen... Das ist so ein bisschen so klein nebenbei. Und ja, hier, Bruder, immer für Schule, immer Sachen schmucken und so. Da hab ich hier noch ein paar Sachen. Und äh... Geh in dieses Bild rein, Bruder. Spring rein in dieses Bild. Wirklich. Ich mach ein Screenshot, bitte. Warte. Ja. Okay, zeig mal links. Zeig mal links die Ecke. Ah, Bruder. Ja, äh... Hier hab ich so ein paar Manga-Bücher, so von One Punch Man. So eine kleine Reihe. Stark. Welche alten... Boah, ich hab grad so eine Schule fertig, deswegen hab ich so ein paar Bücher und so Sachen. Zeig mal unten. Hier, Bruder, muss ich ein bisschen sauber machen. Ja? Du machst nicht sauber in deinem Zimmer. Bruder, natürlich mach ich sauber. Hier hab ich noch so ein Ruffy. Okay, stark. Und ich hab mir noch ein paar gesetzte Bücher, weil in so einem halben Jahr fang ich das Jura-Studium an. Stark, 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 stark. Jura ist sehr schwer, bleib da dran. Ja. Und das ist so ein Parfüm, Bruder. Das hab ich auch von E-League gehabt. Deutsche Cabana, the one. Boah, das ist so krass, aber das ist eher nur so Kontakt, weißt du? Das kann man nur riechen, wenn du so richtig nah dran bist. Okay, jetzt zeig mal nochmal dein Bett. Ah, mein Bett. Oh, Zollstock. Ja, das ist noch mein Bett. Oh. Was machst du mit diesem Zollstock? Ja, man wird doch größer, dann muss man mal abchecken. Weißt du? Wie alt bist du denn? Äh, 18. Äh, 19. Er hat einfach vergessen, wer das ist. Zeig mal, äh, zeig mal nochmal deinen, äh, deinen Schrank. Oh, mein Schrank, warte. Wieso auch das Bett? Da sieht man's ab. Oh, das ist noch mein Schrank. Okay, ey, stabiles Zimmer aber. Oder ich... Ja, ja. Du hast, du hast keinen PC, ne? Nee, nee, aber wie gesagt, ich hab mit Arbeiten jetzt frisch angefangen. Okay. Und da, äh, äh, hab ich nächsten Monat, hab ich so, ich hol mal was Kleines, so 1000 Euro für 10, hab ich auf YouTube geguckt, so, was kompakt ist, so ein bisschen was zu zocken. Ja. Weil ich, ich wollte jetzt nicht viel ausgeben, weil ich fang ja bald eh mein Studium an und dann dachte ich mir, kann ich ja eh nicht mehr so viel zocken. Deswegen, weißt du? Aber wähle Zimmer, wie heißt du überhaupt? Äh, Cleo, Bruder. Ey, Cleo. Ja. Ey, Cleo, danke dir, danke dir für dein Zimmer, Bro. Okay, ey, der Bauna hier, danke dir, ja. Ey, Bruder, ich schließe nicht, kann ich doch wen grüßen? Ja, grüß wen? Ja, ich grüß, äh, ich grüß Finn, den Oger. Okay, schöne Grüße an Finn. All right, ciao. Hau raus, hau rein, Bruder, ciao. Ist das geisteskrank? Ist das crazy? Ich höre auf, was für, also Bruder, auf was für Ideen hier kommt, ist geisteskrank. Okay, Erin. Erin Jäger! Hallo! Erin! Bro, was baust du da, Alter? Ich hab Angst. Warum bist du muted? Hallo! Ah, jetzt! Was geht ab? Es geht. Okay, ey, zeig mir mal dein Zimmer von der Tür aus, erst mal. Tür? Tür mal. Hier so. Boah, stark, Alter, was ist das für ein Stuhl? Welche? Das ist mein Gaming-Stuhl. Das ist ein bisschen OG, Bruder, von Minecraft-Zeiten noch. Stark. Was hast du da gebaut? Was ist das? Bruder, das kann ich jetzt onstream nicht sagen, weil sonst werde ich gepackt. Bruder, ey, was baust du? Ey, 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 warte mal, warte mal, warte mal, was passiert? Für dich, für dich ist kein Problem. Was passiert hier gerade? Ey, 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 was baust du da? Keine Bombe, Mann. Was baust du denn? Ja, so für ein bisschen Systeme. Ein bisschen Informatik-Zeug. Okay. Okay, okay, okay. Okay, was? Hier ist mein Bett. Okay. Hier ist mein Fernseher. Bruder, der Fernseher ist, Bruder. Das habe ich geschenkt bekommen, Bruder. Da ist auch so ein bisschen noch so Gadgets. Was machst du? Hier ist mein Schrank. So ein bisschen Portal-Zur-Hölle-mäßig. Hier ist mein Gebets-Zeppich. So Motivation. Wie Motivation? Ja, Bruder, so Portal-Motivation, damit ich Bett her mache. Und dann sagst du Portal-Zur-Hölle? Hier ist mein zweites Bett. Astavallah. Okay. Hier ist mein zweites Setup. Hier ist mein erstes Setup. Zweites Setup? Zeigt mal dein... Erstes Setup? Spaß, Bruder. Ich habe einen kleinen Bruder. Ich teile Zimmer. Ah, okay. Wo pennt der denn? Ja, hier auf dem Bett. Ich penne auf dem Bett. Warum hat er keinen Fernseher? Da ist kein Platz. Aber ich überlege, Fernseher da oben hin zu machen. Dann können wir beide schauen. Ja, das ist eine gute Investition. Mach da in die O-Mini-Motivation. So an der Wand einfach. Ja, sehr stark. Dann war so Sturmkabel schon. Und hier, falls wir wieder in den Krieg ziehen müssen, ein paar Türkei-Fahnen. Bruder, ey, ey, Bro. Also guck mal. Du bist eh schon sass mit deinen elektronischen Geräten, die du da baust. Und dann jetzt noch irgendwas mit Krieg? Das ist geisteskrank. Oder Fußball, ja. Ist hier doch nicht alles so falsch. Was ist da vorne rechts? Rechts. Vorne rechts? Ja, was ist da? Ja, da. Da ist so Balkon, so kleine Balkon-mäßig. Also so Zug, so Lager. Okay. Was ist da gelagert? Lager von Haus. Ja, so Schokolade. Das ist Corona-Lagern, Chat. Ja, so diese Schokolade-bisschen. So Sachen halt. Da und hier. Warum machst du einen Staubsauger da? Oder zum Saubermachen. Okay. Ja, okay, das ist mir eh ganz suspekt hier, ja. Wie heißt denn du überhaupt? Eren. Hä? Achso, ja, stimmt. Eren! Hier ist meine Collection, Bro. Okay. Hä? Ey, Eren, ein stabiles Zimmer, ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Danke. Okay, ciao. Ciao. Bruder. Bruder, ey, was? Was passiert eigentlich hier? Der eine hat eine Pflanze. Der andere macht ganz hasse Sachen. Der andere wohnt in einem, äh, in einem, in einem, in einem, äh, in einer Villa. Der andere, zwei andere Leute haben keine Matratze. Der andere drückt sich ein Bild aus, das ist crazy. KFC. Schau mal hier, Ardi. Schau mal Ardi rein, oder? Warte mal. Der Ardi holen wir rein. Ardi, was geht ab? Hallo. Hallo. Hörst du mich? Bruder, du bist gerade wirklich, ich hab dich in diesen Call reingeholt. Ich dachte wirklich, ich telefoniere mir an der Onkel, wenn ich ihn anrufe aus der Türkei. Wieso? Alles gut. Wie geht's dir? Gut, selber? Auch wunderberaubend. Wunderberaubend? Ja. Ja, Bruder. Okay, dann zeige ich dir mal meine Wohnung. Meine Wohnung, sehr stark. Mach mal Kamera an. Ich spier's gerade, ja. Albaner. Nee. Türke, Türke, Türke. Ah, sind Türke mein Abi. Türke mein Abi. Ja. Du, Ratsch. Sag doch mein türkischer Onkel aus der Türkei. Von wo wusstest du das? So, jetzt. 2024, Musik. Kamerad, ah. Und wieso geht das nicht? In der Stream. Hol mir und ab, Team Abi. Bruder, du musst nur auf Kamera drücken, ja? Geht ja nicht. Warte. Oder ich glaube, er hat das connect. Bruder. Das war's mit ihm. Maurice. Ey, Maurice, was geht ab? Hallo. Hi. Was geht ab? Ich bin auf Arbeit gerade. Ich kann dir nicht mein Zimmer zeigen, aber ich kann dir mein LKW zeigen. Mach mal an. Was passiert hier? Okay. So. Wie will ich am Arbeiten? Sehr stark. Bist du LKW-Fahrer? Ja. Schau mal deinen LKW. Warte. Ich glaube, das ist nicht. Zeig mal deinen LKW von innen. Na, warte. Zeig mal deinen LKW von innen. Hä? Das sieht nur so aus wahrscheinlich. Das sieht nur so aus. Ach so, das ist gespiegelt? Ja, ich denke, das ist nur gespiegelt. Okay, zeig mal so von innen. Was hast du so? Manche Leute haben ja irgendwas so im Dings, äh, weißt du? Das, was ich, also das Einzige, was ich krasses so habe, ist eigentlich nur meine Anlage. Ich feier mich und dann hol ich halt bei den Bauern die Milch ab. Okay, stark. Also das hier ist meine Anlage. Okay. Ja. Dann habe ich... Hier sind wohl die Stromsachen. Okay, stark. Die werden Strom abgefegt. Ja. Eigentlich ist das so, dass ich da habe im LKW. Okay, sehr stark. Ey, stabil, Alter. Sogar sonntags am Arbeiten, Maschine. Ja, das ist halt, wenn man Lebensmittel fährt, ne? Lebensmittel müssen immer gefahren werden. Das stimmt. Aber ich hoffe, du hast nicht mal in den Stream geguckt, währenddessen du gefahren bist. Nein, ich war hier gerade eh am Stehen. Und da habe ich gedacht, komm, versuche ich es mal. Vielleicht zeige ich dir mal ein bisschen was anderes. Ist zwar kein... Aber ist schon sympathisch, du bist auch mal was anderes. Ja, ist mal was anderes. Okay, sehr gerne. Wie heißt denn du? Maurice, ne? Ich heiße Maurice, genau. Okay, der Maurice. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Arbeiten. Beim LKW fahren. Danke dir. Und ich hoffe, du hast einen sehr, sehr schönen Tag. Danke dir. Wie bitte? Wie viel Spaß beim Streamen weiter. Danke dir. Au rei, Maurice. Wie cool, Alter. Hier kommt einfach einer rein mit einem LKW. Mir ist korrekt. KFC, ich erwarte nichts, wirklich. KFC! Hallo. 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 Was geht ab? Willst du meine Butze sehen? Erzähl mal deine Butze. Warte. Man hat's gesehen? Ja. Ja, ja. Kannst du Lichter machen? Kann ich machen. Alexa, alle Lichter an. Oder bloß nicht aufstehen. Alexa, alle Lichter an. Ich sehe nur meine Kamera nicht. Warte mal kurz. Boah, frische Melon. Pass auf, wir machen. Das kann sein mit der Kamera. Ich sehe meinen Dings nicht. Boah. Okay. Das ist mein Power. Boah. 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 Ey, du hast ja ein besseres Setup als ich, Junge. Das stimmt ja, ja. Nee, ist es nicht. Und? Beste Ding kommt. Oh, und du bist auch Keller? Immer. Stabil, stabil. Und du hast eine eigene Etage unten, oder was? Komplette Wohnung, ja. Im Haus. Boah, das ist OP, Alter. So ist es. Okay, sehr stark, mein Bruder. Darf ich noch irgendjemand grüßen? Ja, grüß mal jemanden. Rania Winkler. Schöne Grüße. Hau rein, ne? Ciao, ciao. Ciao. Darf ich euch mal grüßen? Warum sind zwei McDonalds? Ich hab KFC reingemovt und die nennen sich McDonalds, um rein zu... Ey, das ist geisteskrank. Was ist das für ein Profilbild? Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Was geht ab? Was geht? Warte kurz. Frage, du meinst, was ist das für ein Profilbild von dir? Dein Selbstlieb-Profilbild. Wo du Selbstlieb bist. Sag mal was. Hallo? Ja, okay. 2024 Music. Sieht man was? Warte, ich mach... Warte. Ey, warte mal. Du bist Zesty. Nein? Geh mal zurück auf deinen Homescreen. Warum ist alles pink? Bro, das gehört einfach so zur Farbe. Das ist wegen dieser Cardi-Bild. Und was hat er hinter... Ey, was ist so ein Hintergrund? Hä? Sag noch einmal zu mir, Zesty. Mama, Mama, hier, zeig mal Kamera. Ja, okay, warte. Wundert mich nicht, wenn ich jetzt hier ein Dildo sehe. Sieht man? Ja. Ja, okay. Kannst du Licht anmachen? Licht? Okay, sag mal her. Hier ist meine Schulter-Tasche. Ist nichts drinnen. Mhm. Hier ist alles auf dem Stuhl, also alle Klamotten, weil sie haben gerade kein Dings. Warte, bitte. Da ist mein Bett. Und da ist mein Setup. Ey, warte mal. Ja. Ist doch voll geil, oder? Bisschen zerrissen. Sag doch was. Hallo. Ich hab das Gefühl, du bist ein bisschen Zesty unterwegs. Oh, was? Wegen dem Picht? Auch dein Mauspad. Das ist so ein Frauen-Mauspad. Was? Nein. Das haben ufiele. Das hat sogar ein Freund von mir. Das hat dein Freund vielleicht, Bro. Was? Nein. Nein, 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 nein. Guck mal, hier zählen sogar meine Homies. Das sind meine Homies. Ja. Ja. Zeig mal links dein Poster. Ist das zu rier? Ja. Boah, stark. Yeah. Sehr stark. Hast du noch Klamotten? Ja. Ja, sehr stark. Okay, cool. Ja. Willst du sonst was sehen? Was sehen? Willst du sonst noch was sehen? Nee, ich glaube, das war alles, oder? Ja, das war alles. Okay, warum hast du da noch einen Pistakarton geliehen? Was? Das? Ja. Ja, das ist mein Müll. Okay, schönen Tag. Cooles Zimmer aber. Ja, ja. Okay, sehr stark. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Wir haben hier wieder einen sexy Motherfucker. Hallo! Hallo, hörst du mich? Ja, hallo. Ist es fit? Oder ich muss kurz die Lautstärke machen. Ist Kamera an, ne? Doch. Hör, wieso sehe ich mich nicht? Ich sehe dich. Warum ist Trimax hinter dir? Oder sieht man das? Warum hast du Trimax und Knossi hinter dir? Bruder, ich arbeite für eine YouTuberin und die hat das geschickt bekommen und ich habe mir das mit nach Hause genommen. Für welche arbeitest du? Oder kann ich das sagen? Ich weiß nicht, Bruder. Nächste Woche werde ich gekündigt. Warum? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Hä, ist doch nicht schlimm. Sallys Welt. Kennst du? Nee. Bruder, ist so... Musst du dir angucken. So Koch- und Back-YouTuberin. Ah, okay. Okay. Vielleicht kennt jemand bei dir im Chat. Aber egal, Bruder. Egal. Ich zeige dir meine Wohnung, ja? Okay, schau mal her. Ich sehe mich selber nicht. Wo kann ich drehen? Kamera? Ich habe das noch nie auf dem Handy benutzt. Meine Mama ist Fan von der. Bruder, kann sein. 2 Millionen YouTube-Sams. Ja, Bruder. Die hat auch eigene Produkte und so. Alles mit Kochen und Backen. Stark, Alter. Musst du dir mal gucken. Wie lange arbeitest du denn schon für die? Dreieinhalb Jahre. Ich weiß leider nicht, wo ich Kamera drehe. Aber Kamera ist an, ne? Ich drehe Handy. Bruder, ich wohne alleine dreieinhalb Jahre. Ich habe Ausbildung da gemacht. Bin hier hingezogen. 350 Kilometer. Ich komme eigentlich aus Oberhausen. Das ist in Nordrhein-Westfalen. So bei Duisburg und so. Ja, ich weiß. Hier ist mein Badezimmer. Okay, stark. Entspannt. Hier, Bruder. Schlafzimmer. Aber weil ich bald umziehe, sieht nicht gut aus. Viel Karton, Bett, aber Baba-Aussicht. Okay, okay. Ja, Bruder. Das war's schon fast. Hier habe ich noch Wohnung. Küche. Boah. Sag mal, dein Setter? Setter bis hier. Boah, Alter. Sally zahlt ja richtig gut, Junge. Bruder, ich mache Ausbildung. Ich finanziere mich durch Kindergeld. Wie? Hast du Kinder? Nein, Bruder. Ich bekomme Kindergeld. Ach so. Also willst du sagen, Sally zahlt nicht gut? Doch, Bruder. Sally zahlt Baba. Aber ich mache Ausbildung. Da bekommt man ja nur so, was weiß ich nicht viel. Also bist du unterbezahlter als Ausbildung? Auf gar keinen Fall. Bruder, Sally. Der Arm ist mir einfach ruinieren. Spaß, Mann. Nein, Bruder. Sally zahlt. Maschallah. Okay, sehr gut. Sehr wichtig. Wichtig, wichtig. Okay, was machst du denn du für die Sally? Äh, das heißt Mediengestalter. Also Kamera und Schnitt. Wenn du Cutter brauchst. Ah, okay. Ja, ja. Ich mache so ein bisschen Schneiden, Kamera. Mhm, mhm. Ja, ja. Okay. Okay, stark, Alter. Das ist nice. Ja, Bruder. Geil auf jeden Fall, ja. Ich wünsche dir viel Glück, Alter. Wie so toll. Danke dir. Wenn du Cutter brauchst, melde dich. Lass dir Wassermelonen schmecken. Danke dir, ich melde mich. Hau rein. Hau rein, ciao. Ich selber habe ich dann genommen. X-Rorts schwarzer Freund? Was? Ey, wir haben hier wieder Yunus Abi. Der Insel ist auch Yunus Abi. Ah, Rort Abi. Assalamu alaikum. Ja, ey, was geht ab? Nichts für dir, alles gut? Ja, alles gut. Soll ich Dings übertragen machen? Oder Kamera, ja. Ja, warte, Bruder. Soll ich Bildschirm übertragen? Ja, kannst du auch. Ja, okay, warte. Siehst du? Nein, noch nicht. Ah, jetzt. Jetzt, Bruder, warte. Okay. Hier. Geben wir auf Kamera? Warte, Bruder, was soll ich sagen? Ja, hier ist mein Dings. Jetzt schlieb ich meine Schulsachen und so. Playstation, Steam. Oder Bett. Schrank, Bruder, für... Oder was ist für ein Knast-Hintergrund? Was für ein Hintergrund, Bruder? Bei deinem Bett da. Ja, so, Bruder, keine Ahnung. Oder irgendein Band. Einfach. Dann hier für Schlägerei oder so. Schlägerei? Wer geht auf eine Schlägerei mit Boxhandschuhen? Hier, Bruder, links. Aha, dann meine Flagge, Bruder. Welches Land ist das? Bruder, denkst du, ich weiß das nicht? Sag mal. Denkst du wirklich, ich weiß das nicht? Sag mal, Bruder, sag mal. Tunesien, mein Bruder. Sag. Genau, dann ist hier mein Dings, Bruder, direkt von Fualdi. Ja, Mann. Die Liga-Adresse am besten. Ja. Wann machst du wieder Dings? Watch-Party von Fußball. Und was hast du, was du probierst? Ist das dein Vater? Ach so, nein, das ist mein Cousin. Ganz laut. Okay, ich weiß nicht, wann ich Watch-Party mache. Ich mache spontan, mal gucken. Okay. Ja, okay. Aber wähle Zimmer. Ja, geht, Bruder, geht. Ich muss mal schauen. Ich muss was anderes machen. Okay. Hi, Yunus, wir wünschen einen schönen Tag. Dankeschön, dir auch, Bruder. Schau rein. Talo Hohns Bruder. Talo Hohns Bruder, hallo. Hallo. Was geht ab? Es geht. Du bist der Bruder von Talo Hohn? Von dem vorhin? Ja, mit dem Discord. Hier sieht man mich? Hier, hallo. Ja. Wie kann ich die Kamera drehen, Bruder? Ja, Bruder. Warte. Mh. Ich mache Übertragung. Er ist einfach rausgegangen. Gänse-Auto. Rewe to go. Sein Scheiß-Name. Hallo. Hallo. Was geht ab? Was geht, was geht? Du bist ja gar nicht auf Handy. Da bin ich. Achso, okay. Zeig mal. Pass nur, bitte nicht stören. Warte. Sieht man? Äh, ja. Ah, ich seh grad nicht, warte. Ah doch, jetzt. So. Kannst du deine, die drehen so ein bisschen? So? Ja, aber so, dass es mitdreht. Oh, Bruder. Keine Ahnung, wie das geht. Also, ich. Ich zeig jetzt mal. Also, hier. Bruder, du, äh, also wirklich, du sammelnst Handflaschen, ne? Warum? Nein, Bruder, ich trinke einfach und dann, wenn ich nicht mehr schmecke, diese Wasser, dann ich lasse stehen und hole neue. Hier ein bisschen Snack, so. Okay. Dann hier so Wand. Ich muss doch, ich hab neues Bett geholt und so. Neues Zimmer. Eigentlich war ich früher ein Hochbett drin, aber ich hab ein sehr kleines Zimmer. Mhm. Ja. Sehr viele Klamotten, dieses Kleiderschrank. Ich hab ein sehr, sehr kleines Zimmer. Mhm. Und dann hier mein Ventilator. 25 Grad. Keine Ahnung, würdest du irgendwas sehen? Das hier ist sehr geil. Ich weiß nicht, warum das wenige haben. Das ist echt geil. Was ist das? Kissen einfach. Das ist das. Wenn man sitzt, Bruder, dann kann man so seine Füße da so reintun, weißt du? Ja, du kannst auch einfach eine Fußhalterung holen. Ja, aber so ist besser. Ja, toll. Ja, sonst gibt's nix. Alles klein hier jetzt. Aber stabiles Zimmer. Ja, muss noch ein bisschen gearbeitet werden, aber ja. Ich schreib hier wo davon. Von Gamescom geklaut. Warum klaust du? Da gab's gratis so, deswegen. Achso. Man konnte sich da so ne Packung nehmen. Du meinst Telekom? Kannst du mal jemanden grüßen? Telekom, wo das ist? Grüß jemanden. Ich grüße Ensa und Gioquino. Okay, schönen Grüß, Andy. Danke, auch rein. Auch rein. So. Arda, Jan. Aris. 2024 Music. M-irgendwas. Hallo. Yo. Was geht ab, Bro? Was geht ab, Bro? Yo, warte, ich muss kurz die Kamera machen. Ist kein Mann? Ja. Bro, warum sieht man das nie? Immer. Ich seh das nicht, Bruder. Ich muss auch Übertragung anmachen. Will schon Übertragung. Oder was ist das? Okay. Auf Kamera? So. Wenn man hier reinkommt, ist halt mein Zimmer, hier ist ne Couch. Okay. Okay. Schrank. Ja, Brille, Kincans, Mysterybox, die ich nicht bestellt hab. Hä? Hä? Wer hat die bestellt? Bro, du hast mich sogar als Freund auf Discord, Bro. Das war, ich war der, wo falsche Bestellung angekommen ist. Ah, okay, okay, okay. Auf jeden Fall, äh, ja, Bett. Achso, ich musste noch deinen, ich musste noch deinen Dings, ähm. Ich musste noch deine Bestellung und so, das musst du noch machen. Aber zeig mal, zeig mal deinen Dings. Zeig mal deinen, was hast du von dem Mauspad? Oder irgendeins von Nifter, ja. Wie Nifter? Bruder, ich hab hier sogar schon von DeskQ Tab offen, weil ich wollte so, ich hab schon ein bisschen rumgeschaut, so. Hey, besser ist es, besser ist es. Okay? Ja, hier noch Bett, wie gesagt, und, was? Hast du da Tücher? Wo? Alles gut, alles gut, alles gut. Zeig mal nochmal, zeig mal nochmal, dein, äh, hinter dir, dein Bett und so. Okay. Halt mal Hochkant. Genau. One Piece. Da sind Tücher. Warum sind da Tücher? Bruder, schnupfen nachts, du weißt. Schnupfen nachts, Shit. Schnupfen nachts, wer kennt's nicht, Shit? Kennt ihr's nicht? Schnupfen nachts? Alter, denkst du, du kannst das so verarschen? Bruder, wirklich. Zeig mal nochmal rechts, was ist da alles? Ja, hier sind so irgendwas, was ich gemalt hab, keine Ahnung. Zeig mal deine, zeig mal deine gemalten Bilder. Ja, Bruder, hier, das ist so mit Graffiti-Stift, keine Ahnung. Was? Jetzt ist es ausgedruckt, als Vorlage. Ja. Mhm. Du malst also nach Vorlage mal. Ja, Bruder, soll ich freestylen? Ja. Ja, ja. Warte, warum hast du zwei Keyboards? Das ist so für GTA-RP und so, wegen F-Tasten und so. Ja, ja. Und das ist so für andere Games. Fühlig, 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 hab ich auch. Ja. Okay, passt. Schau wie du zumal, warum ist da eine Banane links? Wie gucke ich Clicker. Mit Bananen? Ja. Wie gucke ich Clicker. Boah, das fühl mich die ganze Zeit doppelt, was ist das? Okay, ey. Jo, ne, man sieht sich. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Gänsehaut, Digga. X, der Ausländer feindlich, was? Wie gucke ich Clicks? Ja. Wie gucke ich Clicks? Aber bei der Ausländer feindlich ist es der Ausländer feindlich. Unde ausländer feindlich ist es das eine Reub MR 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 LKL. ach so okay zeig mir mal dein Zimmer, Bro ja, tschüss du gehörte, ich bin King zeigst du heute noch? oder jetzt einfach eingeschlafen alter wir, Hassan Hassan der Goat Hassan whoever moves is gay was whoever moves is gay hä? dein Zimmer, Bro, dein Zimmer whoever moves is gay oh mein Gott Raffi komm bitte Raffi was für englisch, oh spanisch hallo hi, hi, hi ich mach sofort die Kamera an sieht man jetzt was ey, was geht ab? ist das die Außenkamera oder Innenkamera? außen, außen, außen ja, top, top okay, ja das hier mein Zimmer hier ist mein Bett fernseher hier ja, gut möglich okay, ey, was ist, was ist, was ist das für ein was ist das für ein was ist das da von der für so ein Straßending von der Seite ach so, das hab ich selbst zusammengebaut hab ich selber zusammengebaut aber wo hast du das Ding überhaupt her hab ich selber gebaut nein, 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 das hast du nicht selber gebaut das hast du nicht das hast du nicht selber gebaut vielleicht hab ich's auch gefunden vielleicht hab ich's auch gefunden boah, sein Setup ist insane, Bruder das ist drei Monitore, leider drei unterschiedliche ähm ja hier halt noch Mini-Kühlschrank ja, bisschen Klamotten und Kleiderschrank okay, 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 zeig dich mal vom Spiegel, bist du breit? ich? ne, ich bin nicht breit stabil okay, zeig mal, was ist noch in deinem Schrank in meinem Schrank? äh ja paar Sachen so, ne, also bisschen Klamotten, bisschen Parfüm mhm, mhm, mhm mhm, mhm jo super Standard-Sachen schön wichtig natürlich hier auch Elevate mhm, mhm zufälligerweise mhm, mhm ja also jetzt nichts wirklich spannend bist du ein reicher Mann? ich? ne, bin noch in der Ausbildung okay, was machst du für eine Ausbildung? äh als Anwendungsentwickler also Software entwickeln boah, stark ja ja ich zieh das durch, das ist sehr stark Dankeschön, Dankeschön auch wirklich okay, bro Raffi, ich wünsche dir einen schönen Tag, ja? hey, hau rein, ne, vielen Dank stabile Stimme machs gut, Dankeschön Hallo Zakaria was geht ab, Zakaria? hey, hallo was geht? warte kurz, ich muss nochmal ran machen ok, 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 ok ja, ja, ich mach grad ja, ja, ich mach grad ok sag mal her, was hast du denn so? hey, was ist denn? was bist du für ein Landmann? äh, ich bin Iraker ich bin Iraker ok, sehr stark kurz ah, ich zieh deine Übertragung ja, warte ich zieh ich zieh ich zieh ich zieh auf, ne? guck mal, hier ist crazy ey, bro, deine Bettwäsche ist wirklich crazy nein, bro ich kann damit besser schlafen halt drauf warum? halt drauf ist gemütlich und dann hier ist irgendwelche Sachen ok hier sind auch noch irgendwelche Sachen die ich hab ok ja, das war's hier ist so, falls eine Chaya schläft aber ist bis jetzt noch nie gekommen wie wenn eine Chaya schläft, dann machst du was machst du dann? was? ich schläft dann auf Boden hier drauf hä? ja, was denn? was ergibt das für einen Sinn? was denn los? aber warum schl... egal ja, das ist mein Zimmer und hier, hier ist crazy da hab ich alles und hier sind noch zwei Monitore von 1920 krass, ja, ja und ja, das war's halt, ne? crazy ja, das war's das war's wirklich das ist also, das... aber stabiles Zimmer naja man, dankeschön warum? will's noch mal sehen? naja, alles gut, alles gut ok ok, ciao ja la, ciao ja la, ciao oh Bruder Rias hallo Rias hallo? hallo hallo ich mach an ich mach an siehst du? ja ich weiß, wie kann ich wechseln? ich weiß es nicht, mein Bruder warte scheiße warte warum bist du so glücklich? da ich dran gekommen bin ich warte und etwas länger und wie geht's dir scheiße? scheiße ich weiß nicht, wie das geht nein, nein, bitte ey, tut mir leid, dass das grad nicht geht naja, mach einfach Übertragung ich weiß auch nicht, wie das... ich hab noch nie auf Handy gemacht warte mal, wie lange wartest du schon? ich glaub seit einer Stunde du wartest seit einer Stunde im Discord und kommst nicht auf die Idee zu überlegen, wie du das dann machst, wenn du herangenommen wirst? oh, scheiße ok, ey, dreh einfach die Cam, ich seh dich eh gerade so? ja genau, zeig so also hier ist so mein Setup so hier ist mein Hund wo ist der gespawnt? ja, hier schlafe ich so natürlich Fortnite-Bettdecke und so Fortnite-Bettdecke? ja, das sind meine Hasen eigentlich zum Zoo bei dir, Mann soll ich's zeigen? ich kann jetzt schnell hingehen ja, zeig mal ok, aber ich geh mal der fucker hat nen Zoo bei sich zu Hause sie sind grad auf dem Balkon, weil ich heiß und so hier das sind meine zwei Asen wie heißen die? äh, ich ich Hinata und ähm Zero Two wa- was? Zero Two und Hinata was sind das für scheiß Namen? ey, als ich die bekommen hab, sind mir keine besseren gefallen oder Nata und Zero Two das klingt eher wie so ne Avengers äh, äh, keine Ahnung was, Alter irgendein Einsatz ja, das klingt von zwei Animes, so ja, hier ist noch so ne rote Banner von so Monzo und so da ist mein Katana crazy ja, mein Zimmer ist was ist das da an der Decke? eine Wolkendecke ja und warum ist das nur die Hälfte vom Zimmer? äh, weil mir diese Wolle davon ausgegangen ist dann hat mein Vater keinen Bock mehr gehabt ey Bruder ja entschuldige ich Bruder das habe ich dir tot ey 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 crazy aber stabilis Zimmer danke okay, ey, ich wünsche dir einen schönen Tag Rias danke ich dir auch, ciao ciao einfach, die haben angefangen und aufgehört weil nicht genug Wolle und da hatten die kein Mob mehr angesagt Sahara hatten wir die nicht vorhin schon Sahara, was geht ab? Hallo ich muss kurz sieht man Kamera? ja, man sieht was man soll? man sieht deine Schulter ja ja man muss das drehen ich mach kurz Übertragung, warte kurz oder so, ja ahhhh ja was war das Übertragung? ja, warte kurz jetzt musst du anfangen aha, jetzt smart warte kurz so, jetzt sieht man ja, man sieht man sieht okay, warte, also ein Zimmer man kommt rein ja ich schau mal aus ein Zimmer mein Groß ja, meinen Eltern haben mir das Kellerzimmer gegeben hier ist mein Schwenktisch ja Sofa mit Wärmflasche und Schreibtisch Mathehausaufgaben okay egal Bücher noch eine Reisetasche wegen Klassenfahrt guck mal wie aufgeräumt warte mal, ist das immer so oder hast du nur aufgeräumt für das Ding hier? ich muss jeden Samstag aufräumen, deswegen ja ist halt jetzt Sonntag, deswegen ist es noch ordentlich aber hast du keinen Fernseher? nein aber du schaust auf Macbook dann? ja, auf Laptop halt, ja oder auf iPad aber stabiles Zimmer, wie groß ist das? keine Ahnung aber es war früher das Büro von meinem Vater und dann habe ich hat der mir das gegeben weil mein Zimmer kleiner ist als das von meinem Bruder ist halt ein Kellerzimmer Bro, ich ich sit da früh Einsatzschülerin, ernst? nein, gar nicht ich muss lernen ich muss Mathe lernen deswegen sonst wird sie vier okay, sehr stark aber stabiles Zimmer, Sarah ja was hast du für ein Thema Mathe, zeig mal Wahrscheinlichkeiten neunte Klasse ganz laut Katastrophe morgen Klassenarbeit okay, hey, viel Glück, ja ich würde den Stream ausmachen und maybe lernen sogar äh, ne, kein Bock okay, auch sehr stark okay, aber eine vier ist gut vier ist valid aber ein bisschen lernen und dann wird es eine Eins meine Eltern sind nur streng, die wollen eine 2 und eine Eins haben deswegen ist es ein bisschen ruf, ja ich mache auch eine 2 und eine Eins sehr stark okay, ey ich wünsche einen schönen Tag, Sarah ja, ciao jetzt habe ich mich fast rausgemucht warum sind Frauenzimmer so clean? Ardas Sohn ja, was geht ab? was geht, moin moinsinn, Ardas Sohn was geht das geht nicht viel stream gucken, ne so wie die anderen auch zeig mal in den Zimmer Sekunde, zeig ich dir und dann lieb mich jetzt wahrscheinlich nur, ne ja, man sieht dich egal, scheiß drauf, dann drehen kurz die Kamera rein also die Konzeptmodus rausmachen, ne kein Problem ich habe eine eigene Wohnung ah, eine eigene Butze direkt du hast auch Zahnstocher ja, musst du Junge die habe ich von dir abgeguckt ey, ich bringe eigene Zahnstocher raus ich kann das nicht mehr mach ohne Witz, mach die Dinger sind so krass ich feier die auch nochmal was ist das geisteskrank ja, hier ok ok animes ja, wie viel Digga, dein Zimmer ist aber ein richtig großes Mann ja, ist so ein kleines Apartment, ne ah, ok, du hast ja alles einfach ja, genau ich habe einen großen Raum da ist alles drin und ich habe halt noch eine kleine Terrasse aber sieht man jetzt nicht aber klein, aber fein, ne wie lange lebst du denn schon da? äh, jetzt ungefähr ein Jahr ich bin hier, also umgezogen nach Münster spielst du da gerade? ne, ne, ja mit Metri nebenbei noch am Laufen ja, ok, stark äh, ja, ich arbeite ich bin Industriemechatroniker mach jetzt bald noch meinen Meister Alexa Alexa, stopp und, ja ansonsten ja, doch ist echt, echt nice wie bist du auf den Namen Adlers Sohn gekommen? äh, ich feiere den halt übertrieben, ne ok, sehr stark ah, das hat hier unsere Motivation mega, bester Mann ok, ich wünsche dir einen schönen Tag Adlers Sohn, ja ich dir auch, hau rein, ne ok, ciao tony tony vor mir Adlers Sohn einfach ok, chat machen wir noch hm wann geht das spiel los? äh, mods macht ruhig, zap-modus raus 1, 2 Schuhe geht das spiel los, ne ähm ähm 15 minuten, uh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh mmh, oh, oh okay dann können wir noch reinholen wir hol mal dem Bruder hier rein wer rekord wird bei der heute noch gemacht ich brauche gar nicht so diese diesen dings im auto schule machen ja ja er hat gerade so vielleicht schlechte qualität alles gut kannst du die kamera noch drehen um sie hat sie sehr stark ja erzähl mal so ein bisschen Also, hier mein Setup, hier mein Bett, hier meine Sporttasche, meine Parfüms, mein Kleiderfrank. Darf ich fragen, was du für ein Handy hast? Mein Handy ist kaputt geworden, deswegen Ersatzhandy. Aber was, was ist das für ein Ersatzhandy? Keine Ahnung, ich sammeln wie du willst. Okay. Ja, ich nehme Schuhe. Crazy. Willst du noch was sehen? Was? Willst du noch was sehen? Nee, aber es ist ein... Wähle Zimmer auf jeden Fall, also es ist stabil. So viel mit seinem? Was? So viel hat es keiner. Hat wer? Keiner. Achso, hat keiner. Ja. Okay, stabiles Zimmer. Danke, danke. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Enes. Dir auch. Okay, tschau. 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 Ege. Ege. Yo, Ege. Hallo. 2024 Musik. Reload Ben, danke dir. Ja. Ne, Joel Moran, danke dir für ein Prime. Was geht ab? Kannst du mir dein Zimmer zeigen? Ja, mach ich. Sag mal ja. Wie geht das? Jetzt, 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 ich hab's. Hast du es hinbekommen? Aha. Okay. Ja, das ist mein Zimmer. Boah. Stabilisch. Und jetzt geht man rein. Okay. Was ist für ein Monitor, ist da dein Setup? Ja, ich hab ein Gaming-Laptop bekommen. Ah, stark. So, Drucker, hier meine Sachen und hab noch letztens 24 Musik. Ey, Willi, danke für 34 Monate, Bro. 34 ist crazy. Aber stabiles Zimmer. Hä? Ist das eine Sass? Ja, Sass. Kannst du spielen? Nein, nur mein Onkel und Opa. Ah, okay. Stark, aber. Nein. Boah, würde ich gerne jetzt mal hören, Alter, wie er spielt. Ja. Wo wohnst du? Ähm, Köln. Köln. Köln, okay. Stark. Und wenn du D-Tip-Jarmy kommst, große Moschee, kann ich... Ja. Oh, Vitorix, dank dir. Was kannst du? Wird Rix, dank 5G4 Pro. Die D-Tip-Jarmy, äh, große Jarmie kennst du? Welche? Die D-Tip in Köln. Die D-Tip in Köln. Ne, in Köln kenn ich nichts. Ganz selten in Köln. Große Jarmie von Deutschland. Ah, okay. Und da, äh, und was ist da? Ähm. Größter Moschee von Deutschland, ja. Okay, wusste ich nicht. Und hier sind meine Kleidungen. Okay. Okay. Und ich hab auch von... Kennst du einmal Top Rock? Von... Ding? Den kenn ich nicht. Ähm, das waren Leverkusen damals Spiele, hab ich... Hab... Hab ich bekommen, ja. Ja. Okay, stark. Stark. Und... Das Schiff von Gefängnis. Okay, stark. Ja. Chilliges... Chilliges Stimmer, aber... Äh, St... Was? Zimmer. Okay, ey, ähm... Ege, ich wünsch dir einen schönen Tag, ja? Ihr auch, Mann. Ihr auch, boah. Okay, tschau. Tschau. Wer ist das? Peter. Ey, Willi, bist du noch da? Wann geht dein Internet wieder? 2024 Music. Hallo? Hallo? Ja? Was geht ab, Peter? Ja, hallo, hallo. Warte. Macht kurz. Auf 9. Nur Gott weiß, Bruder, warum? Was geht da ab, überhaupt? Wann tut's? Wann wieder geht? Scheiße, Bruder. Ich höre dir. Boah, das ist schon hart. Digga, warum... Warum... Warum dauert das so lange? Siehst du die Kamera? Äh, ja. Ich seh. Ja, war kratzen. Okay, jetzt haben wir ja... Was schade ich dann nicht, ne? Alles gut. Ich zeig dir so einfach, ey. Ich hab eine Toilette. Zeig das in meine Toilette. Was? Ey, warte, ich hab Angst. Okay. Okay. Ja. So crazy. Hey, Xenix! Ja, warte. Was ist das? Warte, Arby. Ey, Chat ist OG Fortnite wieder draußen? Ach, Bruder. Er ist einfach rausgegangen. Ich kann das nicht mehr. Henry. Ey, Riede, danke dir für deinen Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr, sehr coolen Stream. Wir checken hier gerade... Ah! Wir checken hier gerade Zimmer von Zuschauern ab. Hallo? Hallo! Kannst du mich hören? Ja. Was ist das für ein Profilbild? Bruder, wie soll ich das erklären? Video, ey. Siehst du mich? Ja. Ähm, warte, wie drehe ich die Kamera um? Bruder, es ist immer dasselbe Prozedere. Ich hole einen rein, er macht die Kamera an, fragt siehst du mich? Ich sag ja, er sagt, wie drehe ich die Kamera um? Ja, warte, warte, warte. Äh... Warum fragt das jeder Schuhe? Also, hier ist mein Tisch. Okay. Warum machst du ein Bügeleisen auf dein Bett? Ja, ich muss doch gleich bügeln, deshalb... Was hast du dafür Kabel? Was ist mein Schulprojekt? Bruder, warte mal, warte mal, warte, ey, Pors! Was ist das für ein Schulprojekt? Warte, soll ich's anmachen? Na? Ja, mach mal an. Ja, okay, warte. Pass auf, ne? Warte, hier muss ich's anmachen. Bruder, das Ding sieht richtig sass aus, ich sag dir so, wie es ist. Oh. Also, Motherfuck, wenn du mit deinem Gesicht genau so zur Schule gehst, mit so einem Ding, und da leuchtet irgendwas grünes so... Also, es kann ganz schief gehen. Das ist ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Welche Note würdest du mir geben? Bruder, erstmal hätte ich Angst um mein Leben. Easy. Warte, ich hab auch noch einen Balkon. Ja? Okay, auch crazy. Bruder, du hast mich so plötzlich herangenommen, ich war grad scheiß, Digga. Ich wusste nicht mal, dass ich da war. Okay, zeig mal nochmal dein Zimmer richtig. Aber stabil, Junge. Ja, das reicht komplett aus für mich. Ich bin wirklich stabil. Ey, Henry, Alter, warum heißt du Henry? Warte mal! Warum heißt du Henry? Oh, ich heiße nicht Henry. Achso, ich würd grad sagen, Alter. Digga, ich hätte noch nie seinen Henry gesehen. Ja, warte mal. Kannst du mir das erklären? Ey, bitte, Mann. Club on the Thursday. Okay, wer haben wir nochmal? Malaga! Malaga! Alter, was lauerst du, Junge? Was glaubt man? Was lauerst du, Junge? Haha! Es geht ab! Es geht ab, Digga! Es geht, Mann! Okay, Bruder, warte, ich bin soweit. Yes! Oh, Haribi, guckst du ja? Sag mal, Bruder, was mummel, was filmst du da? Adle, warte, warte, warte! Das ist, äh... Was mit dieser Kamera jetzt? Was mit dieser Kamera jetzt? Amanakoyim, warte kurz. Ein bisschen sauber machen. Jetzt! Oder? Sieht man noch? Ja, ist okay. Also, es ist dein Stream, ne? Ja, ja, ja. So, Bruder, ja. Benzam. Ja, Mann. Zimmern. Hayatleben. Gute Zimmer. Stark! Super, oder? Ja, super! Super, super! Wirklich stabiles Zimmer. Dankeschön, Bruder, dankeschön, dankeschön. Ja, mehr gibt's nicht. Willst du noch was sehen? Ne, ich glaub, das war's. Das war's, ja. Ja, aber, Jungs. Aber stabiles Zimmer. Dankeschön, ich grüße, äh, Felix und Jenny. Schöne Grüße an Felix und Jenny. Dankeschön, ha, Baby. Wir sehen uns. Okay, ciao. Ciao, ciao. Okay, Chat, sollen wir Watch-Party machen? Aaaaah! 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 Mr. Thanksgiving! Also, ich würde das Spiel eh nebenbei irgendwie gucken, aber ich hätte auch schon Bock das Spiel mit... Keine Ahnung. Aaaaah! Oh mein Rücken! Aaaaah! Oh mein Rücken! Aaaaah! Oh mein Rücken! Oh mein Rücken! Aaaaah! 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 Warum sieht die Cam so komisch aus? Warte mal kurz, ich spiel mir kurz mein Dings weg. Aaaaah! Aaaaah! Ja Chat, ich kann nicht jeden dran nehmen, das ist unmöglich, sonst häng ich hier... Also, sonst mach ich den ganzen Tag nichts anderes. Und dann mach ich hier 24 Stunden streamen, wie ich nur mir die Zimmer angucke. Aaaaah! 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 gehen und nebenbei das Spiel gucken, Chat? Ey, Javi, Tifi, danke dir für den Raid, was? Ja, never. Ja. Okay, ich gehe auf Speedruns und schaue nebenbei das äh, Game einfach, würde ich sagen. Stay in life, stay in life, stay in life. DJ Khaled. Ey, warte mal, ist OG Season in Fortnite draußen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ne, nur Modus, aber da spielen bestimmt viele, oder? Ist nur Modus, aber ist trotzdem geil, oder nicht? Boah, ich muss auf Klo, Alter, ich mache mal Update nebenbei. For real, for real, boah. 42 GB Update. Fortnite. 500K Leute spielen das? Okay, crazy. Ey, wo läuft das Game gerade, Chat? Boah, ich muss so pissen. Boah, ARD? Warte kurz. Boah, ich muss so pissen, Alter. Boah, schon erste Minute, warte kurz. Hört ihr was, Chat? Vom Spiel? Große Ecke. Okay, wichtig, ihr hört nichts, ihr hört nichts. Boah, ich muss pissen. Warte. Ich bin gar nicht da, Chat. Okay. 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 Can't we be done. Okay. 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 Good morning. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was sind die Songs? Ich mach ein bisschen Musik an, so nebenbei Chat. Fein, oder? Soll ich euch Score einblenden auch? Wollt ihr das sehen? Fast! Pass, glaub ich. Ey, ist diese Musik zu laut oder so? Ah, es gibt ein Update. Wichtig. Bruder, ich hab schon 30 Stunden in dem Game, ne? Okay, ich werde jetzt Weltrekord brechen. Wie läuft das Game? 16 Minuten. Okay, ich guck jetzt erst jetzt richtig hin. Oh. Oh. Boah, Bruder. Wisst ihr, wer crazy ist? Immer bei so WM, EM und so, scheiße. Shaqiri sein Arsch, Bruder. Der kommt immer, spawnt, macht die krassesten Tore. Okay. Okay. Okay, jetzt Weltrekord. 2 FPS. Ah, warte, das liegt da ran. Wait kurz. Immer noch? Fast, okay. Oh, am Link ist Zeit. Ach so, Chad, was tippt ihr? Das Game. Okay. 2, 1 Schweiz. 2, 1 Schweiz. Okay. Oh. Thingier. Oh mein Gott, wie clean war das, Chat? Ach du Scheiße. Was könnt ihr die Kategorie ändern? Mann, ich bin so ein Bastard, Digga. Hey, bitte, was mache ich? 11. Minute. Guckst du keinen Fußball, ich schau nebenbei immer so. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas habe, dann schaue ich links ein bisschen. Nein. Ich glaube so, ich glaube für die Spieler selber heimzuspielen, auf den Plätzen, die sie selber kennen und so, ist so geil. Real Talk. So eine Heim-EM für die ist richtig geil, glaube ich. Der Song ist crazy. So ein Bastard. Jetzt diese Runde Weltrekord. Digga, dieses eine Zimmer von diesem einen Typen flasht mich immer noch, ne? Der hat einfach einen scheiß Aufzug bei sich gehabt. Ich bin so ein Bastard. Oh mein Gott. Ich try den Sprung. Ey, das ist wirklich richtig schwer. Warte mal, hier sind Leute für die Schwe... Leute, die aus der Schweiz kommen. Gibt es eigentlich so Schweizer Streamer? Okay. Die so auch mit einem Schweizer Akzent reden? Adi, Totoro. Er ist so der größte Schweizer? Ja. Okay, der Run ist auch clean. Schweiz ist auch stabil. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott. Komm, bitte. 2024 Musik. 2024 Musik. Chat, schaut ihr jedes EM-Game? Oder nur so Top-Dinger? Boah, viele schauen, alles. Crazy. Wenn Zeit ist, ja. Oh, oh. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das? Was war das für ein Tor? Oder ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe nur die Aktion gesehen und dachte mir, what the fuck. Zeit mal das Tor. Oh, bitte kein Go-Check. Oh, bitte kein Go-Check. Oh, okay. Warte mal. Warte, ich will das Tor nochmal sehen. Oh, der Aufsitzer hat ihn gefickt. Ja, okay, Digga. Er trifft ihn halt ganz leicht, ne? Aber es könnte schon zählen. Und? Und der Foul. Kein Tor. Ach du Scheiße, Bruder. Das ist hart. Das ist hart. Oh mein Gott. Das war's. Chat, morgen gibt's wieder RP, by the way. Morgen ist der große Umzug auf, äh, auf Alt-Wi. Nach Monaten. Ich hab schon dreimal angekündigt, morgen ist es endlich. Und hier ist es. Ah! Ja. Okay. Warum ist der Schiri komisch? Ey, Digga, ich kann so wenig reden, Alter. Ich hab links mein Game offen. Ich konzentriere mich aufs Spiel. Oh mein Gott, Mann. Guck mal, wenn ich einmal anfange zu reden, dann ist man direkt unkonzentriert. Schiri hat Delay. 2000er Ping, der Mann. Warte mal, sind das die Bundesliga-Schiedsrichter eigentlich, Chad? Nicht alle? Ich sag euch ehrlich, Schiri hat sowieso... Also, Schiri hat immer noch einen Rieseneffekt, aber nicht mehr so einen Rieseneffekt wie damals, auf jeden Fall. Weil mittlerweile, Bruder, mittlerweile gibt's... Gibt's alles. Ich sag dich, Schiri hat immer noch die Bausseinsicht. Bist alle was da immer noch aus. Ich sag dich nicht so einen Aufruf. Ich sag dich, Schiri hat immer noch nicht so einen Rieseneffekt, also, ich sag dich. Ich sag dich jetzt nicht so einen Rieseneffekt. warte mal wo ist das spiel gerade chat frankfurt ok warte mal Elen Ring will ich eigentlich weiter zocken, aber ich weiß nicht. Jetzt kam Chain Together raus und ich will unbedingt diesen Rekord haben. Alter, das war so ein riesen Shortcut gewesen, Junge. Warum geht's nicht? Wie lange spielst du das noch, bis ich den Weltrekord habe? Aber ich werde es noch packen. Schiri Mock hart. Jetzt schon der Schiri Mock, sagt ihr? Crazy. Okay, komm. Achso, das ist so einer, der alles pfeift? Ja, ich kann nicht komplett drauf achten, aber... Oh! Die Playlist ist aber auch crazy. Geht's, geht's go. Let's go. Boah, das war sehr schnell. Okay, schaffe ich den Sprung hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott. Und das ist so crazy. Und das ist so crazy.